guten abend meine fleißigen ich wollte euch zeigen wie ich jetzt meinen boden sauber mache haben ja gefragt ihr habt ja gefragt wie ich das mache und ich wollte das für euch etwas ausführlicher zeigen und die abendroutine ist schon fast durch da ist noch die spülmaschinen dran und vielleicht schaffe ich die heute noch mal auszuleeren sonst mache ich das meistens eigentlich morgens ganz früh da steht noch mein wäscherkopf ist fast leer aber ich weite das noch mal zu ende und gleich zeige ich einfach nur wie ich meinen boden sauber mache zum teil habe ich das in der story erzählt aber für euch mag ich das ein bisschen ausführlicher so der boden ist jetzt sauber ich habe gerade den geputzt ich benutze dafür nur wasser wie gesagt habe ich das gerade in der story gepostet und zwar steht mein schrank hier hier habe ich meine sauberen läppchen und das benutze ich halt für glas oberflächen also das ist auch immer praktisch das zu haben weil hier die kinder ständig mal das anfassen und da benutze ich so einfach das ist eigentlich auch ein gutes und auch von wie leder heißt pwa micro das habe ich noch nicht gezeigt aber das ist auch gut und so ähnlich was ich euch gezeigt habe in diesem mikron quick aber das ist auch gut und eigentlich ist das was das gleiche deswegen habe ich das nicht gesagt aber mikron quick habe ich auch also ganz viele da drin also da hinten und diese läppchen die benutze ich halt für die toilette das ist für mich einfach nur besser also die sind ganz ganz billig und das sind meine staubtücher die sollen einfach nur so weich sein das ist auch ein staubtuch so sieht das aus und genau das ist ganz flauschig man sieht einfach nur dass es halt geschnitten ist also diese fasern also es gibt auch also geschlossene fasern und die sind etwas besser die halten halt staub etwas besser als diese billigen also ist ein ganz billiger staubtuch aber tut auch nur das reicht auch erst mal ich wollte noch ein anderes ausprobieren aber das habe ich noch nicht gekauft genau also das sind meine staubtücher ich benutze auch manchmal so ein staub weder und auch noch so eins das ist auch von wie leder das hat von ganz also ganz ganz neue ist das und ist etwas teurer und und auch ganz schwer und damit kann man halt bis nach oben halt hier die sachen halt sauber machen und aber das machen wir später noch das ist das was ich halt täglich benutze und da sind meine wischmops also das benutze ich halt täglich und das habe ich gerade benutzt mit diesem aufsatz das ist etwas ganz leicht feucht also das habe ich gerade angesprüht und sauber gemacht hier liegen meine dreckigen lappen also ich sammle die und dann was ich das alles zusammen und ja ich benutze lieber diesen aufsatz dieser ganz normale das ist ganz ganz billig und ich warte dass es kaputt geht aber das geht nicht kaputt und ich möchte mir etwas mal was was vernünftiges kaufen aber ich warte dass das hat immer mal kaputt geht weil hier schon ganz verrostet ist und das habe ich auch ganz lange von wie leder und mit solchen verschlüssen also ist auch gut und es gibt auch noch ein eimer dazu und das kann man halt auf diese aufsätze dann ab machen und wahrscheinlich habe auch ganz viele und wenn ich halt überall boden sauber mache dann verteile ich eine von nur also ich nehme halt für schlafzimmer da haben wir unser schlafzimmer da schläft die kleine jetzt und da benutze ich halt für schlafzimmer und vielleicht mal für hier für diesen flur und für kinderzimmer für den ganzen boden halt nur ein aufsatz weil wir ja überall teppiche haben und genau und dann wische ich das mal schnell für badezimmer im badezimmer mache ich das ganz einfach wenn die kinder mal gebadet haben dann wird auch der boden direkt dann mitgemacht weil alles dann unter wasser steht und für hier nehme ich dann halt einen anderen aufsatz und das geht viel schneller wenn man halt mit einem wischmop sauber macht also täglich auch unter der couch gehe ich mal durch und dadurch dass da unten kein staub drin ist dann entsteht auch kein staub hier auf den oberflächen und da muss man halt nicht so wirklich viel staub wischen genau und dann genau das ist es auch das sind meine putzsensilien das wollte ich euch mal zeigen und wenn ich merke diese aufsatz ist dann halt dreckig dann wechsel ich einfach nur und benutze halt neuner die gibt es auch vor kurzem habe ich mal bei aldi geholt also ganz normale diese mikrofasertücher und ich mag den von und diesen ganz gerne also die sind ganz gut und da sind halt diese aufsätze für für diesen leder wischmop ja benutze ich auch also ich habe das auch schon ganz ganz lange und das war es dann auch so das ist auch ein ding für für badezimmer damit kann man auch sehr schnell mal so die wände und die fliesen mal sauber machen aber braucht man nicht man kann einen sauberen aufsatz für wischmop nehmen und dann kann man damit auch sauber machen und dann geht es auch schnell ja ich hoffe ich kann das video gleich nochmal schnell hochladen und hier bei den fliesen ich habe die gerade sauber gemacht ich benutze nur wasser ich sprühe einfach nur das wasser auf mein wischmop und da steht das in dieser flasche da ist nur wasser drin ich mache einfach nur das nebel feucht nass und dann gehe ich da durch das heißt ich sammle direkt alle krümmel die da oben drauf liegen und beseitige dadurch also mit etwas druck alle flecken die oben drauf sind das heißt ich muss nicht nachwischen das ist sofort trocken und es gibt keine schlieren es gibt einfach nur keine schlieren und man braucht kein reiniger nichts das geht so einfach und so schnell und so sieht es aus ich hoffe das hat euch gefallen und ich hoffe ich konnte euch mal was zeigen und erklären und ich habe das auch jetzt besser verstanden mit dem boden also mit dem wischer geht es viel viel schneller als mit dem staubsauger und ist viel viel gründlicher weil der aufsatz komplett auf dem boden liegt und der staubsauger saugt einfach nur ein bisschen luft ab und da soll die gang die groben partikel und staubpartikel bleiben dann auf der oberfläche und staubsauger kann nicht so gut reinigen wie ein wischmop deswegen ist ein so schnell mal mit dem wischer durchgehen ist viel viel besser als zu sorgen so jetzt höre ich aber auch bis dann